Hallo, was könnt ihr auf diesem YouTube-Kanal erfahren? Wir rechnen hier für die Industriemeister verschiedene Prüfungsaufgaben vor, ältere als auch neuere, und das in dem Bereich NTG. Unsere Lösungsansätze versuchen wir immer anhand von Skizzen zu erarbeiten, um diese möglichst anschaulich und transparent zu halten. Für diejenigen, die darüber hinaus eine persönliche Auseinandersetzung mit der Aufgabe wünschen, bieten wir Online-Nachhilfe an, die dann einfach und verbindlich mit mir verabredet werden kann. Ja, und nun viel Spaß beim Stöbern und Schauen und viel Erfolg beim Lernen.